dort kriegst du ja schon hin hallöchen und willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal schön dass du da bist aber auch gar voll glück gehabt mit dem unfall da oder vor allem dass er zurückgefahren ist abends muss ja kein bock aber ich muss dann sehen die auch dass ich krank bin schatz oh je es fängt so früh an, ich bin einfach zwei stunden unterwegs und fängt schon zum gehen an mein gott ey die scheiß neuner neuner pause da hat nicht mehr gamm ding 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 ein bisschen uns beeilen alle vier stunden können rückgezucke weggehen wenn mich nicht täuscht dürfte renik da bald aufgestanden sein die 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 oder die Ah, daaaah, daaaah. hoppla je l'ai dégoncée aie 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 Also ich finde diesen Real-Wetter-Mod hier richtig gut, ey. Schatz, ab mit dir ins Bett, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Ja, Schatz, da musst du mich ins Bett bringen. Das weißt du, ne, wenn du schon sowas schreibst, musst du mich ins Bett bringen. Na, wie gesagt. Da musst du mir noch Sandmännchen vorsingen. Und da löse ich mich in Sand auf. Geht leider nicht, bin selber im Bett, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Wie? Willst du es in einem Bett oder ein bisschen Lachen, sich auf dem Boden wälzen? Musst du dich mal entscheiden. Beides geht nicht. Das ist auch nicht mal gegähnt, ey. Ich hoffe, das reicht jetzt für die paar Minuten. Bin im Bett, liege den ganzen Tag schon, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Schatz, du hörst, was er sagt, oder? Bin schon... Bin im Bett den ganzen Tag, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, ne? Also irgendwas, Schatz, irgendwas passt da nicht, ne? Einfach du bist im Bett den ganzen Tag, oder du bist den ganzen Tag dich am Boden wälzen. Oh je, oh weia, oh weia, oh weia. Ja, hab ein Lachflash, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Ja. Du und Lachflash, ey. Ein du und Lachflash hast du, da freut sich der Spiegel. Der lacht dann so mit, dass er sogar, dass er dann einen Sprung, lauter Sprünge bekommt, verfreute. Nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ab auf die stille Treppe, Schatz, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Mann. Bitte nicht. Geht schlecht. Das geht schlecht. Ja. Ja. Ja, hier war schon 2009, ja schon. Wow. Oh, wir hatten da die... Hä, wir hatten da die Päuballen nicht eigentlich eingesammelt. Wir waren auf der Farbe fleißig. Hm? Oder war das Kelly? Kann ja auch sein. Hoppala. Nein, das war Fanta, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Feh. Weißt du? Gefällt. Gefällt. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Du bist dumm. Ich bin dumm. Nein, nein, nein. Ach ja, auch ein schöner Trailer. 804 Kilometer können wir noch fahren. Gott, ich sehe fast nix, ey. Ich kann mir ja fast eine Sonnenbrille anziehen. Oh, man. Oh, man. Das war Fanta? Ach ja. Ja, komm, das fahr raus. Komm, gib's Diff. Sonst fand's auch wie die Bescheierten. Oh, da bin ich's vielleicht. Oh. Oh. Pff. Alter. Oh. Pff. So. Das Kugen, die sich nur von dir abschatzt, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Ah, dankeschön. Sehr vorbildhaft, ne? Oh, was für ein verrücktes Schatz. Oh, bist du sowas von verrückt? Du bist auch verrückt, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Oh. Kein Kommentar. Oh. Zauber Lachen. Besscher. Ting. Untertitelung des ZDF, 2020 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 so ich fahre geradeaus mal gucken wo ich tanken kann ich muss nämlich in frankreich tanken das ist ja teuer habe ich überhaupt keine lust grados weiter ich konnte nicht mal schlafen weil meine nervensäge angerufen hat und hat mich wach gehalten dein rechtes heck hat es aber weggerissen dann blockst du doch